Grüß euch miteinander, da sind wir wieder! So, und heute haben wir euch was Besonderes dabei, das Urgestein der ATVs. Die TGB Blade 550 4x4 IRS, soweit ich weiß. Warum Urgestein? TGB gibt es seit 2008, gibt sie bei uns in Deutschland zu erhalten, über den Importeur Michael Leeb, wir haben vorher, also vorher, war TGB ein Variomatik Hersteller, der für Piaggio und auch für andere Marken die Variomatik hergestellt hat. Und ja, ich hätte gesagt, nicht viel rumreden, wir legen gleich los. Und zwar, der Kerium kommt jetzt einmal zu uns rüber, und dann gehen wir mal einmal um die Maschine herum. Wir haben jetzt hier insgesamt 38 PS, knappe 40 PS. Wir haben in der Serienausstattung schon diesen Frontbügel mit dabei, was ich finde, dem Fahrzeug auch von der Front her einen ordentlichen Schutz bietet. Dann haben wir Alufelgen mit drauf, auf den Kenderreifen, 12 Zoll natürlich, so wie es quasi standardmäßig mittlerweile überall ist. Die TGB wird in der Variante, als 550er, wird sie über drei Bremsscheiben gebremst. Wir haben vorne unsere zwei hydraulischen Bremsanlagen oder Bremssättel und hier hinten unsere zentrale Bremsscheibe und Bremsanlage. Die zeigen wir einmal hier, gehen wir mal kurz rein. Die haben wir hier, wird die Kardanwelle gebremst und ihr könnt es mir glauben, TGB bringt euch immer sicher zum Stillstand. Urgestein habe ich auch vorhin aus dem Grund mitgesagt, weil von TGB haben wir so viele Maschinen mittlerweile schon laufen und das ist mit einer unserer Lieblingsmarken, weil bei TGB hast du eigentlich nichts zu tun. Wir müssen hin und wieder unseren Service machen und kleinere Reparaturen, wenn mal jemand was kaputt macht. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach, wie sagt man, das Stahlschwein ist es. Die TGB hat ein Eigengewicht von 409 Kilo, ist also wirklich was Kräftiges und was Schweres. Wenn wir hier reinschauen, sehen wir, es ist richtig massiver Stahl. Wir haben hier einen Rohrrahmen, der aber auch ordentlich was aushaltet. Bei TGB, finde ich, gibt es ein paar Highlights, was in der Grundausstattung schon mit drinnen ist. Das sind jetzt hier zum Beispiel die Staufächer auf beiden Seiten. Die mache ich euch jetzt einfach mal eins auf. Hier passt ganz bequem unser Handy, unser Gapbeutel rein und wir haben noch einen kleinen Zusatz, eine 12-Volt-Ladebuchse. Und auch ein Kerim, sein Monster-Handy, passt da ohne Probleme rein. Das wollte ich gerade wissen, Digga. Wenn der Akku mal schwach wird während der Fahrt, mit dem richtigen Adapter, können wir hier problemlos laden. So, geschwind den Deckel wieder zugemacht. Und auf der anderen Seite haben wir das Gleiche nochmal, nur eben ohne Ladebuchse. Was ich bei TGB auch eine herrliche Sache finde, ist einmal abschwerbarer Tankdeckel von Haus aus mit dabei. Ganz normal mit unserem Schlüssel zum Zusperren. Zack, jetzt ist er geschlossen. Wir haben hier auch noch von Haus aus eine abschließbare Sitzbank mit drinnen. So wie ich finde, oder soweit ich weiß, kein anderer Hersteller ist so weit drinnen hat. Und das hat mehrere Vorteile. Wir haben unsere Batterie hier sicher geschützt, unsere Zentralelektronik hier mit dem Steuergerät und hier unseren Sicherungskasten. Es ist ganz nett, dass es abschwerbar ist, weil aus diesem Grund können da keine fremden Leute hin. Unseren Luftfilterkasten haben wir hier, genauso wie unseren Überschlagsensor. Was ist ein Überschlagsensor? Wenn sich die Maschine überschlägt, wird die Kraftstoffzufuhr unterbrochen. Das heißt, die Einspritzpumpe bekommt keinen Strom mehr und die Maschine geht aus. Und wir haben nicht das Problem, dass die Maschine weiterläuft und eventuell das Brennen anfängt. So, und jetzt kommen wir mal zum Heck. Machen wir die Zündung an. Mittlerweile haben wir ja LED-Blinker oder LED-Rückleuchten. Wir sind ja auch mittlerweile schon im 20. Jahrhundert. Ich persönlich finde es ganz hübsch. Wir haben hier unser normales LED-Rücklicht und unsere LED-Blinker. Bremslicht zeige ich euch auch natürlich gleich. Dazu muss ich einmal schnell vor. Brems und so bekommt wirklich jeder hinter euch mit, dass ihr zum Stillstand kommen wollt. Zündung wieder ausgemacht. Hier das kleine Kästchen ist unsere Nebelschlussleuchte. Dann haben wir hier unsere Anhängerkupplung und die Anhängersteckdose. Bei TGB haben wir nämlich einen entscheidenden Vorteil. Was, was keine Maschine kann. Und zwar ist die Anhängelast. Wir haben bei der TGB 550 eine Anhängelast von 920 Kilo gebremst. Und das ist mächtig. Sie schafft das auch ohne Probleme. Also sie hat die Kraft dafür. Test. Was? Test. Ja, wir gehören kurz an die Hütte und testen. Ja, das stimmt. Und das schneiden wir euch jetzt mit rein. So Leute, also was ganz wichtig ist, ist den L-Gang drinnen zu haben. Ich habe das Ganze jetzt nachgesprochen, weil man es sehr schlecht versteht ohne Helm, wenn das Mikro ein bisschen weiter weg ist. Den Hänger schafft es hier ohne Probleme. Natürlich habe ich den Lastengang vorher reingetan, dass die Maschine sich nicht zu quält. Und das macht eben TGB aus. Unser Stahlpanzer, der womit allem fertig wird. So Leute, und ich hätte gesagt, wir starten den Hobel jetzt und fahren Sie mal. Also Leute, hier, wie wir jetzt ordentlich sehen können, unser ganzer Lenker. Ja, unser ganzer Lenker. Das habt ihr wahrscheinlich auch noch nie gesehen. Markus hat die Halterung von oben an der GoPro vergessen. Deswegen probieren wir das jetzt so. Perfekt. Gestartet hier ordentlich. Hier ist der E-Starter bei der Maschine. Und man hat gesagt, fahren wir mal los. Ich hoffe, ihr könnt es mich noch verstehen, weil heute kann ich meinen, wir es hier jetzt nicht zumachen. Ja, also wie wir jetzt hier ordentlich sehen können, unsere Lichter Warnblinkanlage der normale Blinker die Hupe der O-Ride Bedienung der Seilwinde und die Seilwinde hat übrigens 1250 Kilogramm Zuglass. Dann haben wir hier den Allrad unseren wunderschönen Tacho dann können wir hier umschalten die Motordrehzahl sehen wir hier Tageskilometer-Hanzeige TT Tacho-Index Dann haben wir hier den Durchschnittsgeschwindigkeit die Maximalgeschwindigkeit, was die Maschine bis jetzt bekommen hat die maximale Drehzahl und die Uhrzeit. Die Uhrzeit stimmt leider nicht. Die ist jetzt gerade 17 Uhr haben wir. Habe ich aber jetzt nicht eingestellt. Hier drüben auf der Seite haben wir unsere Parkbremse unseren Daumengrasgriff den wo wir auch ordentlich betätigen und hier haben wir nochmal eine 12 Volt Ladebuchse. Also ich persönlich kenne ja die TGB Blade 550 schon in- und auswendig. Also das ist die Maschine mit der ich groß geworden bin wie ich gesagt habe also 2008 wurde sie nach Deutschland gebracht und ich bin 1998 geboren also war ich gerade mal 10 Jahre alt und dann kam TGB hier. Und ich muss nach wie vor sagen als TGB ist mit eins meiner Lieblingsmarken. Das einzigste was jetzt der 55er fehlt finde ich ist der Dampf. Den Dampf äh was heißt Dampf? Ja Leistung. Ich brauche einfach mehr Leistung. Die Tausender würde da auch auf jeden Fall Abhilfe starten. Nur ist mir persönlich die Tausender einfach ein Stückchen zu schwer. So also wir fahren jetzt hier auf einem Feldweg ich kann ordentlich links die Maschine ist richtig spurtreu ich komme ordentlich um die Kurven herum und sie ist sofort wie kann ich sagen sofort beherrschbar also das ist nicht jetzt eine der Maschinen wo man sich ein bisschen unwohl auf der Maschine fühlt nein das hast du bei TGB auf keinen Fall. Wie ich schon gesagt habe also die die TGB ist absolut direkt. die Bremsen habe ich vorhin schon mal angesprochen das zeige ich euch wenn wir jetzt wieder auf der geteerten Fläche sind wir machen es so wie in der Fahrschule 30 kmh und dann machen wir eine Gefahrenbremse warte schauen wir dass wir die 30 haben so 3 2 1 und wir stehen also wie ich gesagt also auch durch das Gewicht das natürlich auch viel mit ausmacht und den sehr griffigen Bremsen haben wir ein ordentliches Gefühl und kommen sicher zum Stehen jetzt sind gerade auf der Landstraße ein bisschen unterwegs gewesen also die Maschine ich fahre sie jetzt nicht an der Spitze weil es noch ein niegelnagelneuer Motor sie läuft knappe 100 kmh das reicht auch vollkommen aus von der Leistung her mit ihren 38 knapp 40 PS macht ja ordentlich Spaß da hat der Kerim gerade vorbeigeschossen mit meiner Maschine heute mal dass er halt auch ein bisschen Spaß haben kann wenn er mal eine bisschen größere Maschine fährt die 38 PS bei der TGB mir persönlich ein bisschen zu träge aber reicht vollkommen aus was die TGB zum Vorteil hat sie hat einen sehr kleinen Wendekreis und das macht sie zum Arbeiten perfekt machen wir einmal Grüß dich Servus und das ist doch das Schöne das Motorradfahrer anfangen zu grüßen das muss sein jetzt sind wir wieder hier an unserer geliebten Hütte wo wir nach einer kleinen Testfahrt auch das Feedback machen aber so weit sind wir noch nicht also was ich noch erzählen kann von der Maschine hier sieht es dasselbe vom Sitz her ich sitze jetzt ganz nach hinten wir haben ordentlich Platz auf der Maschine so dass wir auch ohne Probleme zu zweit fahren können mit dem Fahrwerk TGB hat von Haus aus ein ziemlich strammes Fahrwerk drinnen das finde ich auch gut so trotzdem ist sie richtig schön komfortabel und das obwohl sie 409 Kilo wiegt kommt das einem definitiv nicht so vor so Bremst doch nicht so Bremst doch nicht wenn ich spott und hier kann ich euch jetzt auch mal zeigen wie eng die Maschine die Kurven nehmen kann das zeige ich euch jetzt ein bisschen da vorne genau da zeige ich es euch noch mal langsamer was für einen kleinen Wendekreis die TGB hat und zwar kommen wir hier ohne Probleme einmal herum und das finde ich bei einem Quad als Arbeitsgerät sehr sehr wichtig nicht nur als Arbeitsgerät so wichtig der Wendekreis sondern auch wenn du im Gelände bist im Gelände musst du schnell und agil sein und das kriegst du mit der TGB ohne Probleme hin und zwar wie ihr alle wisst ist nächste Woche das Quadtreffen in Peckfitz und wollt einfach mal fragen wer ist alles da also ich werde auf jeden Fall vorbeikommen und vielleicht sogar der Kerem auch so und jetzt kommen wir schon zum Feedback oder zum Fazit Fazit so wie ich euch schon gesagt habe die TGB ist die Maschine für jedermann wir haben eine Menge Ausstattung von vornherein drinnen wir haben Frontbügel wir haben Alufelgen zuschattbaren Allrad Seilwinde mit ordentlich Leistung und eine hohe Anhängelast das Ganze haben wir verpackt für 6449 Euro zuzüglich Überführung und das finde ich meine Leute ist eine richtige Kampfansage wenn ihr Bock habt auf so eine Maschine schaut vorbei bei Jürgenbrunner Gartengeräte Roller und Quarz das Ganze blendet euch der Kerem hier unten nochmal mit ein und Leute ich hoffe ihr seid auch ein Peckfitz da nächste Woche weil wir sind da die Firma All4A TV ist da und ihr werdet es auf jeden Fall mit uns und wir werden mit euch eine Menge Spaß haben viele Leute schauen ja unsere Videos an drückt es auch abonnieren vielleicht auch noch die Glocke aktivieren dann verpasst ihr nichts mehr von uns und ihr könnt es weiterhin so viel von uns anschauen und jetzt zum Abschluss kommt noch ein kleines Special so wir haben ja geredet dass es ein kleines Special geben wird dann zeigen wir euch das kleine Special mal weil alle Leute immer so ja für was kann man eine Seilwinde gebrauchen ich zeige jetzt das anhand eines witzigen Beispiels für was man die Seilwände verwenden kann so Freilauf haben wir aufgemacht jetzt ziehen wir mal raus das Ganze hier sind circa 5 Meter das Problem ist gerade wir kommen nirgends wo rein als ob kommst du hier nicht rein nein aber ja das sind ja nicht so dumm ja denkst du das haltet so ja aber wenn mir das in die Fresse klatscht oder reißt dann hast du ein anderes Problem glaub mir was dann fahren wir direkt ins ZK wir haben jetzt hier eine Baggerschaufel die Baggerschaufel hat circa ein Gewicht von 150 knapp 200 Kilo dann haben wir noch den den Kerem oben drauf ja Gewicht ist so so eine Sache das sagt man jetzt nicht doch 110 Kilo 110 Kilo also haben wir jetzt 360 Kilo das auf dem normalen Boden hier die Maschine und die Seilwinde ich hätte gesagt let's go mit meinem Helm an safety first natürlich jetzt muss man natürlich die Seilwinde wieder sperren das Ganze machen wir hier hinten wieder gesperrt ja ist eingerastet dann machen wir die Maschine an aber langsam ja klar ich ziehe sie nur ein so Maschine läuft dann drücken wir auf den Inknopf Kabel haben wir auf Spannung und das Ganze ziehen wir jetzt rein so Kerem stehst du noch gut setz dich nach hinten hin setz dich einfach nach hinten hin egal ja sie schafft das ohne Probleme so Leute hier zeigen wir euch das Ganze also die Seilwinde schafft das ohne Probleme sie kann Baumstümpfe aus dem Wald rausziehen und natürlich auch wesentlich mehr so Kerem ist dreckig ich hatte meinen Spaß wir alle hatten unseren Spaß hoffe ich das Ding ist wegen dem dreckig werden du bist immer bei Markus dreckig weil du immer kurz irgendwie was hilfst dann bist du immer dreckig eigentlich gleich hier in Arbeitskommun servus